und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und zwar diesmal alle lego star wars tie fighter los geht's nicht in der licht enthalten sind folgende dinge hier und wir starten natürlich mit dem allerersten tie fighter genau hier tie fighter versus y wegen und hier einfach normal tie fighter natürlich beginnt mal die dinge nach der reihe folge wie sie veröffentlicht wurde das bedeutet er hätte mir schon mal wieder dasselbe set bloß mit einer andere erscheinungsjahr und hier als nächstes auch wieder hier tie fighter and y wing dann geht es weiter dann haben wir hier noch mal ein tie fighter in der alte blau variante die wiederholt sich jetzt manchmal kurz also habe sie schon denn jetzt kommt hier im darf weiter sein tie fighter 80 17 und 94 92 tie fighter als ob das hätte ich jetzt nicht gedacht natürlich handelt es hier überall bei darum um tie fighter hier überall so weiter geht es hier mit kyle renn seinem tie fighter also wenn jetzt da kyle renn tie fighter dabei steht ist natürlich auch tie fighter deswegen wäre die in der sammlung ja auch erwähnt so dann haben wir imperial tie fighter aus dem star wars solo film dann haben wir ja tie fighter aus der 4 plus reihe der war jetzt in der licht noch mit enthalten deswegen habe ich den ergänzungshalber auch hier drin dann haben wir mai auf vorgräts sein tie fighter oder ihr tie fighter ich glaube dass der ist aber männlich dann haben wir noch siv tie fighter die darf man natürlich hier auch nicht vergessen genau dann haben wir hier noch ein imperial tie fighter der ganz neue und damit schließt sich der kreis danke fürs ansehen und möge die macht mit euch sein tschüss